Ich hatte es satt, nicht respektiert zu werden. Ich hatte YouTube satt. Deshalb verkündete ich, ich bin fertig mit YouTube. Ich lade keine Videos mehr hoch. Ich generiere keinen Content mehr. Nach Puerto Rico bin ich gezogen, weil man hier am besten trainieren kann. Ich gehe raus und jogge erst mal sechs Kilometer. Es gibt keine Autos, keine Ampeln, also perfekt. Ich bin in der Natur, kann in Ruhe meditieren und die Trainingshalle ist gleich die Straße runter. Und es ist toll, dass mein Bruder auch hier wohnt.